Okay, da war's. Wenn du willst, vollbeschleunigter Klapper auf der rechten Seite, aber zieh ein bisschen gemütlicher an, nicht so komplett weg. Und wie es dir geht, ob du die Füße draußen hast oder ob du sie anziehst, das überlasse ich jetzt dir. Abfangen. Fliegen lassen. Jawohl. Ja, da wird ja schon gut dynamisch, das haben wir eh gewusst, aber passt trotzdem gut im Griff, Thomas. Wunderbar.